In diesem Video erklären wir dir kurz die wichtigsten Ausweichregeln für Segler. Erkundige dich bitte vor dem Segeln, aber immer über lokale Besonderheiten. In diesem Video wird keine rechtsverbindliche, lückenlose Auskunft über alle Bestimmungen rund um Segeln gegeben. Es werden nur die wichtigsten Grundregeln erklärt. Wie im Straßenverkehr gibt es auch beim Segeln eine allgemeine Sorgfaltspflicht. Diese besagt, dass der Schiffsführer alles tun muss, um Folgendes zu vermeiden. Menschen zu gefährden, Fahrzeuge das Ufer oder Anlagen zu beschädigen, die Schifffahrt oder Berufsfischerei zu behindern und das Gewässer zu verunreinigen. Daher gilt auch die Ausweichpflicht gegenüber folgenden Wasserfahrzeugen. Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr und der Wasserrettung, Fahrgastschiffen und schwer beweglichen Fahrzeugen und den Berufsfischern. Ruderboote, Maschinenfahrzeuge und Schwimmkörper, wie zum Beispiel Surfer, müssen wiederum den Segelfahrzeugen ausweichen. Für Segelfahrzeuge untereinander gelten folgende Ausweichregeln. Kreuzt sich dein Kurs mit dem Kurs eines anderen Segelbootes, dann beobachte, von welcher Seite der Wind bezogen auf die Fahrtrichtung kommt. Das rechte Boot im Bild hat den Wind von der rechten Seite. Das linke Boot im Bild hat den Wind von der linken Seite. Die erste Regel besagt, dass Boote mit dem Wind von der linken Seite ausweichen müssen. Am besten merkst du dir die Regel, Wind von rechts vor Wind von links. Im Seglerlatein heißt das dann, Wind von Steuerbord vor Wind von Backbord. Kommen wir nun zur zweiten Ausweichregel. Haben beide Segelboote den Wind von derselben Seite, so gilt die Regel Le for Louvre. Das heißt, dass das Boot auf der Wind zugewandten Seite ausweichen muss. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Überschreise. Bis zum nächsten Überschreise. Bis zum nächsten Mal. Im the Shrugger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die dritte und letzte Regel, die wir hier in diesem Video behandeln wollen, besagt, dass der Überholende ausweichen muss und dies auf der windzugewandten Seite zu tun hat. Allgemein gilt für das Ausweichen noch folgendes. Der Ausweichpflichtige muss rechtzeitig, großräumig und deutlich ausweichen. Das Schiff mit Wegerecht hingegen muss seinen Kurs halten, um eine Verwirrung zu vermeiden. Wenn der andere nicht ausweicht, wenn also eine Kollision sonst unvermeidbar wäre, dann muss auch das Boot mit Wegerecht ausweichen. Dies wird dann Manöver des letzten Augenblicks genannt. Viel Spaß beim Segeln wünscht dir dein Grabner Sailing Academy Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020